Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 557. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Kude! Ja, und das war es auch schon. Wir sind hier heute das dynamische Duo. Die anderen sind mit Urlaubsvorbereitungen, mit Urlaub oder mit Arbeit beschäftigt. Ja, bei der Arbeit ist es okay, wenn es die anderen sind. Urlaub hätte ich tatsächlich auch gerne wieder, aber ja, Wunschdenken. Aber nun gut, dafür haben wir die wunderbare Aufgabe, heute über die Eintracht zu reden. Bevor wir das tun, müssen wir natürlich wie immer in unseren wunderbaren Hausmitteilungen nochmal darauf hinweisen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unterstützen könnt. Das machen wir ja in jeder Folge. Und seit der letzten Folge sind diesem Aufruf der Sascha, der Kai-Uwe, der Florian und ein anderer Florian gefolgt, die uns hier mit kleinen Geldzuwendungen mit dazu beitragen, dass wir hier Woche für Woche diese Sendung aufnehmen können. Heute wieder an einem Mittwoch, nicht wie sonst immer an einem Dienstag. Vielleicht wird da auch so ein Regelding draus. Mal gucken. Wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Infos. Und es müssen auch gar keine großen Beträge sein. Es reicht auch, wenn ein Großteil von euch einfach kleine Beträge geben. Und dann hilft das schon, dass wir hier einfach weiter senden können und über die Eintracht sprechen können, was wir jetzt tun werden, lieber Marvin. Und da frage ich dich zuallererst mal, ich glaube, über das Dortmund-Spiel brauchen wir jetzt im Detail nicht mehr so zu reden. Da ist schon alles irgendwie gesagt worden, auch von sehr vielen Menschen. Aber jetzt mit so ein bisschen Rückblick, wie würdest du das Spiel so einordnen? Sagst du, das ist okay, das war für einen Saisonauftakt, auch wenn man noch nicht weiß, wie es mit Dortmund ist, war das okay? Oder sagst du, boah, unterm Strich gesehen ärgert es mich jetzt dann doch mehr, weil da doch eigentlich wesentlich mehr drin gewesen wäre für die Eintracht? Ach, das ist eine gute Frage, weil es kann im Endeffekt ja sogar auch beides sein. Also erstmal vielen Dank übrigens mit der Power des Doppelflow hier gesegnet, dieser Eintracht-Podcast. Also wenn das mal nichts ist, auf jeden Fall vielen Dank für die Spenden. Da freuen wir uns tatsächlich. Das kleine kostenlose Produkt, welches wir hier zur Verfügung stellen, dass das so unterstützt wird. Aber ein bisschen Unterstützung hat die Eintracht ja auch in Form der Fans bekommen, die wieder zahlreich in Dortmund dabei waren. Und ich muss sagen, ich finde, es ist auf jeden Fall kein Beinbruch gewesen. Die Vorstellung in Dortmund, ich habe beispielsweise eine Eintracht gesehen, die ehrlich gesagt in der ersten Halbzeit besser war, habe auch eine sehr passive Dortmunder Mannschaft gesehen. Ich glaube, die Lobeshymnen, die über Dortmund hinuntergingen nach dem Spiel, die habe ich nur zum Teil verstanden. Ich fand, dass die Eintracht durchaus ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ich sehe da jetzt keine Dramatik drin. Worin so ein bisschen eine Dramatik ja vielleicht herbeizureden sein könnte, ist natürlich, dass wir es nicht geschafft haben, ein Tor zu machen. Ich fand aber jetzt natürlich, erinnern wir uns an Shaibi, diese sehr gute Szene. Da hat es dann halt im Abschluss gefehlt. Was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist so ein bisschen der fehlende Druck, der aus dem Mittelfeld bei der Eintracht kam. Aber wenn ich mir angucke, klar, wir haben zwei Gegentore bekommen, auch ärgerlich direkt, nachdem wir so eine gute Chance hatten, dass ja das 1 zu 0 passiert. Aber an sich muss ich sagen, dass wir in der Defensive gut gestanden haben. Da sehe ich viele positive Signale und auch in der Offensive. Ja, das hat dann mal nicht funktioniert. Da bin ich aber bei Shaibi gar nicht sauer. Das Mittelfeld ist das Einzige, wo ich mir noch mehr Druck erhoffe. Aber ein Drama ist es definitiv nicht. Ich ärgere mich trotzdem ein wenig, weil ich schon denke, dass Dortmund an diesem Tag zumindest mit einer Punkterteilung nicht so schlecht bedient worden wäre. Ja, definitiv nicht. Also man muss schon einfach sagen, dieses Shaibi-Ding, ja, also das ärgert mich tatsächlich auch nicht so sehr. Klar, in dem Moment war es irgendwie super ärgerlich, weil man sich halt schon einfach denkt, wie kannst du das Ding nicht machen? Aber auf der anderen Seite sind so Dinge natürlich immer mal drin. Ich bin da ziemlich bei dir auch, gerade in der ersten halben Stunde, wo wir sehr viele Offensivaktionen hatten, fand ich, waren wir nicht zwingend genug, weil auch, glaube ich, da die notwendige Schärfe in den Aktionen irgendwie gefehlt hat. Wenn man irgendwas bemängeln will, dann war es wahrscheinlich das. Alles in allem bin ich allerdings auch dabei zu sagen, am Ende entscheidet derjenige das Spiel für sich, der es schafft, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Dortmund hat es geschafft, uns zweimal zu Fehlern zu zwingen. Einmal eben Christensen, der bis dahin eigentlich ein super tolles Spiel gemacht hat. Und das zweite Mal haben wir uns selbst zu einem Fehler verleiten lassen, weil wir zu sehr darauf konzentriert waren, irgendeinen Elfmeter zu reklamieren, als da jetzt schnell genug in die Rückwärtsbewegung zu gehen. Das Ergebnis fällt wahrscheinlich für den Verlauf des Spiels zu hoch aus. Ich bin aber trotzdem dafür, dass es das erste Spiel war und dass man eigentlich noch nicht so richtig wusste, wo steht die Eintracht. Und Dortmund wahrscheinlich auch kein Mitnahmegegner irgendwie ist, kann man da glaube ich auch nur mehr als zufrieden sein. Aber man muss natürlich an den Punkten, wo es nicht so ganz so gut funktioniert, da muss man natürlich einfach arbeiten. Ja, und ich glaube, da ist da noch ein bisschen Luft. Wir müssen sehen, natürlich wir hatten einen guten ersten Auftritt im DFB-Pokal. Das sehen wir aber auch jetzt, was es natürlich wert war. Ich muss sagen, die Braunschweiger Eintracht ist jetzt am Wochenende wieder kräftig unter die Räder gekommen. Also da sehen wir, das ist natürlich auch ein desolates Team aktuell. Und wenn wir bei der Eintracht dann unterwegs sind, dann sehen wir, naja, also die Vorwärtsbewegung, das ist schon in Ordnung. Aber so die letzten Pässe, die kamen zu wenig. Na klar, so ein Spiel ändert sich auch, macht Shaibi das Ding. Deswegen, dann reden wir wahrscheinlich wieder ganz anders. Aber trotzdem, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Aber das Gerüst ist für mein Dafürhalten nicht so wackelig, wie ich das bei anderen Saisonstarts schon gesehen habe. Und das muss man auch mal am Ende so festhalten. Ja, also ich glaube schon, wenn du Gerüst sagst, dass es schon ein sehr stabiles Gerüst ist an der einen oder anderen Stelle, muss man vielleicht nochmal die eine oder andere Schraube ein bisschen nachziehen. Einmal, was das Kreieren von Torchancen angeht, dass man auch wirklich zum Abschluss kommt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dass man einfach auch klarer und auch vielleicht ein bisschen präziser in seinen Entscheidungsfindungen wird. Da hatten wir ja so ein paar Situationen, sei es jetzt der Eckball ganz am Anfang, wo man irgendwie nicht beherzt genug irgendwie reingeht, dann der Abschluss von Larsson, wo er versucht, den noch irgendwie mit dem Innenriss irgendwie schön in den Winkel zu zirkeln. und halt allen voran die Überzahl-Situation, die wir dann hatten in diesem 3-zu-2-Situation, wo eigentlich ganz klar der Pass auf den Skiri rausgehen muss und nicht auf den Mamouche, was die einfach wesentlich komplexere Variante war. Ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die wir ja auch in der letzten Saison schon gesehen haben, dass man an vielen Stellen vielleicht so ein bisschen verkopft, und ist wahrscheinlich das richtige Wort, ist zu komplex irgendwie von der Herangehensweise. Manchmal tun es halt einfach auch die einfachen Dinge. Aber ich stimme dir dazu, so alles in allem kann man sagen, die Basis stimmt und der Rest sind jetzt Nuancen, die sich dann aber auch, glaube ich, in vielen Fällen erst in so einem tatsächlichen Wettbewerb dann erst zeigen. Du kannst so viele Testspiele machen, wie du willst vorher. Aber in dem Moment, wo du weißt, das ist jetzt ein Pflichtspiel und es geht jetzt hier am Ende des Tages um richtige Punkte, dann ist das nochmal so etwas anderes. Und dann kannst du manche Dinge auch erst dann tatsächlich sehen und auch versuchen, irgendwie rauszuarbeiten, wenn du in so einer Wettbewerbssituation irgendwie bist. Ja, klar. Also ich meine, was jetzt schon sehr, sehr gut war, war die Tatsache, du hast es eben schon genannt, dass wir auf rechts jemanden hatten, der schon stabil ist auf Verteidigerposition. Thea hat, für meinen Dafürhalten, auch ein gutes Spiel gemacht. Und wir haben insgesamt gesehen, dass die Eintracht durchaus im Pressing am Start war und auch immer versucht hat, in den Balleroberungen unterwegs zu sein. Also da war für mich viel Gutes dabei. Und jetzt müssen wir sehen, dass das nächste Spiel, und da werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, auf jeden Fall gesiegreich gestaltet wird, weil das ist das erste Heimspiel, übrigens auch gegen einen Gegner, der auch gerade relativ viele Sorgen hat, auch wenn sie drei Punkte geholt haben. Aber die drei Punkte, wie sie sie geholt haben, war auch nicht so unultimativ überzeugend gegen Holstein Kiel. Wir werden gleich mal über Hoffenheim sprechen, aber ich denke, da muss dann aber natürlich auch was drin sein. Aber die Eintracht sollte jetzt nicht frustriert sein, dass sie jetzt in Dortmund keine Punkte mitgenommen hat. Eher als Anstoß das nehmen, dass es jetzt besser läuft. Aber wenn wir überlegen, wir haben heute Mittwoch, bis ihr das hört, ist jetzt langsam schon Donnerstag, und dann haben wir ganz andere Situationen vor dem Tisch, auf dem Tisch, denn vor der Tür, auf dem Tisch, wie auch immer, welches Möbelstück ihr benutzen wollt, dann ganz klar ist, wir haben jetzt die Transferphase, die sich dem Ende zuneigt, und Europa ist calling, am Freitag wird ausgelost, gegen wen die Eintracht in der Europa League spielt. Und das ist alles sehr, sehr spektakulär. Ja, ist richtig. Bevor wir gleich zu dem vollen Terminkalender und zu der Frage kommen, Transfers, würde ich noch gerne einen kurzen Punkt zu Theat sagen. Es war ja sein erstes Spiel für die Eintracht nach, ich glaube, er hatte zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Und ganz ehrlich, wenn der nach zwei Trainingseinheiten schon so dahinten agiert, also ich war schockverliebt nach dem Spiel, die beiden Außenspieler, unsere neue Flügelzange, Theat Christensen, oder vielleicht auch Theat dann mehr in der Innenverteidigung. Aber von diesen beiden Verpflichtungen bin ich jetzt schon mehr als begeistert. Das kann einfach nur, wenn die beiden noch mehr in diese Mannschaft reinkommen, kann das nur noch großartiger werden. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Sorry, ich habe mich so spät entmutet, aber ich bin da ja vollkommen bei dir. Theat ist super. Wir haben in vielerlei Hinsicht tatsächlich gute Situationen. Selbst wenn Theat immer noch mal mit dem Kunku zu kämpfen hat, dann ist das auch kein Drama. Und dahinter haben wir Nathaniel Brown. Nene ist auch ein geiler Typ. Also natürlich ist er noch viel zu jung, um jetzt dauerhaft auf der Verteidigerposition, auf der linken Verteidigerposition unterwegs zu sein. Aber das kann alles funktionieren. Ich mache mir jetzt gerade wieder noch mehr Sorgen, weil Heulund ausgefallen ist, dann im defensiven Mittelfeld. Der wäre ja mittlerweile sogar wahrscheinlich schon eine Option gewesen. Heulund leider mit Mittelfußbruch jetzt aus und für längere Zeit. Mittelfußbruch dauert auch immer eine Weile. Finde ich sehr, sehr schade. Da müssen wir gleich noch mal über potenzielle Transfers sprechen. Aber ja, also was du sagst, da wurden Neuerwerbungen gezogen und die funktionieren für mein Dafürhalten auf jeden Fall ganz gut. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass auch die nordische Verteidigergewalt, dass der sich in unsere Herzen spielt. Da bin ich sehr überzeugt, dass wir da auf der rechten Verteidigerposition auf jeden Fall jemanden haben, der, glaube ich, auch gut ankommt dauerhaft. Also insofern, da sind viele gute Momente und das lasse ich mir jetzt auch nicht zerreden. Nee, definitiv nicht. Also für Christensen ist die Tür zu meinem Herz steht schon Sperrangelweite auf. Der muss da gar nicht mehr so viel tun. Es ist so ein bisschen der Mike Franz, der Fußball spielen kann. Und das ist total geil. Also jeder, mit dem ich spreche, der ist irgendwie euphorisiert. Der sagt, ach geil, also dieser Eriksen, der macht mir einen Haufen Spaß. Und das geht uns allen, glaube ich, so. Denn du merkst, der fightet, der grätscht überall rein, der ist präsent, der kann auch mit dieser Körperenergie, die er hat, auch andere Leute anstecken. Du hast eben gesagt, Theater hat in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht. Die gesamte Verteidigung war gut drauf. Auch ein Tutor, der viel gescholten wird, auch hier schon angefragt wird, zu Recht auch mal ein paar schwächere Spiele gemacht hat in der letzten Saison. Deswegen muss man das auch mal ansprechen. Der hat aber gegen Dortmund auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Worüber wir sprechen müssen und jetzt auch überleiten, tatsächlich schon zu der Transfersituation, ist natürlich das Mittelfeld. Weil gerade das zentrale oder defensive Mittelfeld mit Schkiri und jetzt fällt auch noch Heulund aus, das wird dann vielleicht ein bisschen problematischer. Ja, die Frage habe ich mir heute auch schon gestellt. Ich hatte mich heute Nachmittag in Vorbereitung auf die Sendung Transfers beschäftigt und habe dann da auch noch mal auf unseren Kader geguckt und war eigentlich schon so ein bisschen auch bei dem Gedanken, so okay, auf welcher Position müssen wir jetzt noch nachlegen, weil wir ja auch in der letzten Woche über die Sechser-Position oder die zentrale Mittelfeld-Position gesprochen haben und ich hatte am Anfang zumindest Heulund für mich eher so weiter weg von der Mannschaft einsortiert, aber nachdem er ja jetzt auch gegen Dortmund Einsatzzeit bekommen hat, war das für mich auch so ein Stück weit das Signal, dass er vielleicht doch näher an der Mannschaft dran ist, als ich das für mich wahrgenommen habe und in dem Moment, kurz nachdem ich mich eigentlich schon so ein Stückchen damit abgefunden habe, zu sagen, okay, wenn wir jetzt im Mittelfeld keinen mehr holen, kam die Meldung, dass er jetzt, wie du es gerade eben schon gesagt hast, mit Mittelfußbruch auf längere Zeit ausfällt und für mich sind das jetzt, ist das ganze Thema wieder irgendwie ein neu gemischtes Kartenspiel, ich glaube nämlich jetzt schon, dass wir auf dieser Mittelfeld-Position nochmal irgendwie nachlegen müssen, weil nur mit Skiri und Larsson und vielleicht noch irgendwie Götze, wobei ich auch schon eher glaube, dass der eher so ein bisschen in der Offensive die stärkeren Chancen hat, sind wir so ein bisschen dünn besetzt, glaube ich tatsächlich und ich weiß auch nicht so recht, wie ich jetzt Skiri tatsächlich einsortieren soll, ich habe mir noch keine finale Meinung gebildet, ich nehme nur wahr, dass die Diskussionen um ein Elias Skiri irgendwie zunehmen und deswegen würde ich mir zumindest wünschen, dass wir da auf dieser Position noch was tun würden, wie würdest du das denn aus deiner Sicht einsortieren, Marvin, jetzt nach dem Heulund-Ausfall? Also Heulund gekommen als zentraler und defensiver Mittelfeldspieler, natürlich nicht für die erste Mannschaft, das wäre klar, also nicht so für die erste Elf zumindest, aber als Einwechselspieler war er schon ein bisschen eingeplant und ehrlich gesagt, das was ich zuletzt gehört habe, da war der Junge ziemlich nah dran an der Mannschaft und wäre sogar gegen Hoffenheim durchaus, weil er offenbar im Training eine große Bissigkeit besitzt, sehr, sehr nah dran an der ersten Elf und dann stellt sich natürlich schon die Frage, zum einen ultimativ ärgerlich für ihn, das ist 19 Jahre, Mittelfußbruch dauert Minimum ein halbes Jahr, das fuckt total ab, der Junge ist eigentlich ein wilder Dachs, der hat eigentlich Bock gerade zu spielen, der hat sich so gut rangekämpft, hätte ja keiner mit erwartet, dass der jetzt irgendwie schon irgendwie eine Rolle spielt, dementsprechend scheiße ärgerlich, tut mir auch richtig leid für Oskar, ich drücke die Daumen, dass es bald wieder gut geht, aber für mich erwächst da schon eine Situation einer, wie soll ich sagen, offenen Flanke, denn am Ende ist es leider schon so, dass die Eintracht gerade genau in dem Bereich so ein paar Defizite hat, Normalerweise muss man sagen, vielleicht sind wir alle bei Elias Skiri auch ein wenig zu negativ, denn wenn wir sein Spiel angucken, wenn wir gucken, wie er Fußball spielt, dann kommen dann durchaus gute Pässe in die Seiten, aber auch selbst nach vorne, da ist durchaus was da, aber natürlich eine gewisse Lethargie und eine gewisse fehlende letzte Zielrichtung macht sich bei ihm irgendwie dann doch breit, sodass man irgendwie einen negativen Eindruck gewinnen mag und ich glaube, er hat zuletzt auch keine optimalen Spiele gemacht, auch wenn man kollektiv Dinge zu negativ sieht, das heißt, so richtig in Topform ist er nicht, ich meine, es war eh klar, hätten wir Pascal groß bekommen, hätten wir den, den hatten wir gewollt, dann wäre da ja sowieso ein neuer Zweikampf gewesen, jetzt mit dem zusätzlichen Ausfall von Oskar Heulund ist es natürlich für Oskar schwierig, insofern, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sage, ja da soll jetzt jemand kommen, weil das heißt, dass er da noch mehr kämpfen muss, aber wir haben natürlich noch eine Situation, auch wenn er eher rechtes Mittelfeld spielt, Erbimbe hat es aber auch schon in der Zentrale gemacht, ist ja auch jemand, der potenziell ein Wechselkandidat ist, das heißt, wenn mit dem Ausfall von Heulund und zusätzlich der Situation, dass er Bimbe wahrscheinlich oder womöglich nach dem Verein verlässt, wäre ich tatsächlich schon dafür, da nochmal aktiv zu werden, aber in der Kürze der Zeit ist es natürlich, und da muss ich auch so ein bisschen den Herr Kröscher in Schutz nehmen, undankbar, weil jetzt noch jemanden zu bekommen, der irgendwie in den Kader passt und nicht unfassbar teuer ist, das wird schwierig, aber um deine Frage nach langen Worten kurz zu beantworten, ich sehe, dass wir da noch jemanden brauchen, ja. Ich bin da aber auch, gerade bei dem Punkt, was du gesagt hast, dass man da auch so ein Stück weit gleich Kröscher in Schutz nehmen muss, wäre ich auch ein Stück dabei, ich könnte mir schon vorstellen, dass man in der Konstellation, wie der Kader da war, selbst mit einem potenziellen Abgang von Ebimbe vor dem Verletzungsausfall von Heulund eigentlich fein damit war, wie der Kader aufgestellt ist und da jetzt nicht unbedingt den Bedarf gesehen hat, nachzulegen und damit jetzt wahrscheinlich keine aktiven Gespräche momentan mit Spielern geführt hat, das heißt, du musst das jetzt alles irgendwie in diesen zweieinhalb Tagen irgendwie komplett über die Bühne bringen, von irgendwie Liste machen von Spielern, die irgendwie jetzt akut in Frage kommen, die auch irgendwie interessant, oder die auch bereit wären, zu wechseln oder auf Leihbasis, wäre auch noch vielleicht irgendwie so eine Option, dann musst du mit denen irgendwie Kontakt aufnehmen und musst natürlich auch erstmal so ein grobes, so einen groben Kostenrahmen irgendwie abstecken und da weiß natürlich auch jeder, jeder Berater, was da an Gerüchten noch irgendwie rumfliegt, was dich natürlich auch an anderer Stelle wieder in Zugzwang bringt, also ich glaube, das wird jetzt so zum Ende hin wesentlich stressiger als ein Markus Krösche sich das mal irgendwie gedacht hat, der ja irgendwie mal gesagt hat, er möchte gerne einfach mal so ein ruhiges Ende der Transferperiode erleben, ich glaube, das hat sich mit dem heutigen Ausfall von Heulund wieder so ein Stück weit revidiert. Ja, es ist auch ärgerlich, weil am Ende, ich konnte das ja auch alles nachvollziehen, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollten groß und bekommen wir den nicht, dann machen wir es halt nicht und das ist auch in Ordnung, da kann man, kann ja auch ehrlich gesagt niemand wirklich sauer sein, weil das war die große Option, die ist nicht gezogen worden und dann entwickelt sich jemand besser als gedacht mit Heulund, dass du halt sagst, ah ja gut, dann probieren wir es doch so. Fakt ist, Tutor wird diese Position in meinen Augen nicht sinnhaft bekleiden können, dann musst du halt jetzt doch irgendwie aktiv werden, jetzt stellst du ja die Frage, was machst du noch? Es gibt ein paar Leute, ich habe jetzt bei einem sehr netten Kollegen mal nachgelesen, der hat so eine kleine Kaderanalyse gemacht, Grüße an dieser Stelle, der nennt sich Maddox, wir sind ein bisschen im Austausch, ein super Kerl und der hat beispielsweise ein paar Leute noch als Backup in Verbindung, was heißt noch niemand in Verbindung gebracht, aber hat sie genannt, die ich beispielsweise, da kannte ich den einen, kannte ich den anderen, kannte ich nicht, Salvatore Esposito, kannte ich gar nicht, aber den Mirko Topic, der ist mir durchaus schon mal untergekommen, war auch schon mal Nationalspiel in Serben, beziehungsweise hat ein Länderspiel gemacht, spielt aktuell eigentlich in Portugal und wäre eventuell, wahrscheinlich vielleicht wirklich jemanden, den man für relativ wenig Geld bekommen könnte, das sind aber alles nur Ideen, aber das würde wohl, wenn ich Maddox da richtig verstehe, jemand sein, der zumindest in das Profil passen würde und ein guter Backup wäre. Vielleicht reicht es auch nur für diese Backup-Lösung, würde ich aber gar nicht verkehrt finden, dass man da noch irgendwie aktiv wird, wenn es, der Geldwort lässt es zu, wenn es aber die Kontakte zulassen und da muss man abwarten, wir wissen natürlich auch, die Eintracht war von längerer Zeit mal an Grischa Brümel dran, Brümel eher so zentrales Mittelfeld, da hat sich aber, haben sich gewisse Dinge nicht erhärtet, wie gesagt, der kann auch defensives Mittelfeld, ehemaliger Nationalspieler spielt ja aktuell beim kommenden Gegner Hoffenheim, wäre vielleicht ursprünglich auch keine so schlechte Idee gewesen, alles andere, was ich höre, was ich so im Internet lese, da werden Leute in Verbindung gebracht, die beim, die beim FC Valencia spielen, Pepelo beispielsweise, ich glaube, das ist alles gar nicht realistisch und da muss man die Kirche im Dorf lassen, da wird jetzt niemand kommen, wo die Eintracht noch 20 Millionen für zahlt, gehe ich mal von aus, das sage ich jetzt, liebe Leute, ihr wisst, Freitagabend 19.30 bis 20.30 wahrscheinlich, Redline Day live auf YouTube Fußball 2000, dann werden wir ganz genau wissen, ob die Eintracht dann noch jemanden verpflichtet, ich würde mir erhoffen, dass man zumindest nochmal ein Backup holt, um die Situation hinten ein wenig zu entlasten, ich sage mal so, wenn Ebimbe bleibt, dann muss der da nochmal reinspringen. Also ich glaube auch, wie du es richtig beschrieben hast, nachdem man Pascal Groß nicht bekommen hat, ist der Plan A ein anderer gewesen, man wird jetzt auch nicht kurzfristig diesen Plan A wieder umschmeißen und der Plan A heißt meiner Meinung nach weiterhin, Skiri und Larson sind die nominellen Menschen für das zentrale Mittelfeld und Heulund wäre so der Wechselkandidat, der Aufbaukandidat gewesen und ich glaube, man wird jetzt, wenn, dann eher auch in die Richtung gehen zu sagen, man holt einen Backup-Spieler und für einen Backup-Spieler, also als Eintracht Frankfurt zahlen wir für einen Backup-Spieler keine 20 Millionen. Ja, das machen Premier League Vereine, das macht vielleicht der FC Barcelona, aber das werden wir nicht tun, von daher halte ich das auch für so ein bisschen Quatsch. Und ja, ist ganz, ganz wichtig, Groß wäre ja nicht nur als Spieler relevant gewesen, sondern auch als Führungsfigur, als jemand, der einen Sebastian Rode hätte ersetzen können. Ja. Und es geht nicht nur um die Qualität, sondern es geht auch um die, ja, die Außenwirkung, die Wirkung innerhalb des Teams und so weiter und so fort und das ist natürlich der Unterschied, weil du bekommst natürlich jetzt Spieler, die Potenzial haben, die Riesentalent haben, die viel Geld kosten, aber die sind nicht diese Charakterspieler, die müssen potenzieller dazu werden und dementsprechend können wir uns abschminken und ist auch völlig in Ordnung, weil dann versuchen wir lieber aus dem eigenen Kader heraus für Lösungen und Optionen zu sorgen und gerade wenn halt jetzt der Bimbe nicht geht, dann müssen wir damit arbeiten, dann muss er vielleicht auch einen sauren Apfel beißen, es ist anscheinend so, dass Neapel da Interesse an ihm hat, aber so richtig konkret bis auf die letzten paar Prozent scheint es ja nicht zu sein, also mal gucken, er wird gerade angeboten, andere Spieler werden auch angeboten, aber wenn es da nicht dazu kommt, dann lieber aus dem eigenen Kader, weil die Sache ist, dass wir charakterlich als Leader-Typen niemanden mehr bekommen und das ist dann so und dann brauche ich auch keine 20 Millionen für die Defensive investieren, beziehungsweise für das defensive Mittelfeld, da sind wir eventuell noch ein bisschen flexibler, auch wenn ich es mir natürlich gewünscht hätte, aber dann muss es so laufen, problematischer wird es allerdings, wenn über kurz oder knapp noch in Oma Mamouche geht, dann tut sich eine zusätzliche Lücke auf, lieber René und da gibt es ja auch das ein oder andere Gerücht. Ja, bevor wir zu Mamouche springen, würde ich gerne noch mal kurz bei dem Ibimbe-Thema bleiben. Ja, er wird angeboten und ich glaube aber auch selbst, er will nicht mehr so richtig und ich glaube, er hat auch sehr eindeutig die Botschaft vom Trainer bekommen, dass die Leistung da irgendwie nicht gepasst hat und ich will da jetzt gar nicht auf irgendwelche, es wurden Bilder auf Instagram gelöscht und so weiter und so fort, das ist mir alles irgendwie zu viel Kindergarten an der Stelle. Ich glaube aber, dass er sich auch durch diese, wie soll ich jetzt sagen, diese wechselnde Leistung, dieses Inkonstante, jetzt auch keinen Gefallen getan hat, dass da jetzt irgendwie die Clubs für ihn irgendwie Schlange stehen. Wie schätzt du das denn ein? Ist das Pendel eher auf Abgang Also ich sage mal so, das Pendel würde auf Abgang stehen, wenn es genügend Angebote gäbe. Das ist halt genau der Punkt, aber ich glaube, die gibt es nicht. Ich glaube, seine Leistungen waren in der letzten Zeit zu wechselhaft, das hat dann im Endeffekt zu wenig ernsthafte Interessenten an Land gezogen und dann stehst du da und sagst, okay, wird es gern wechseln, aber im Endeffekt gibt es niemanden, der um die Ecke kommt und sagt, er bietet genügend Geld, weil die Eintracht, man braucht das jetzt auch nicht über das Bein brechen und wenn sie es nicht über das Bein brechen müssen, dementsprechend glaube ich nicht an den Wechsel. Auch wenn er Abel Interesse zeigt, aber den ganz großen Zwang haben die nicht, haben auch jetzt nicht so die allerbesten Erfahrungen in der letzten Zeit auch mit dem ein oder anderen Wechsel gemacht. Also ich glaube, eher no. Und dann stellt sich natürlich direkt im Anschluss die zweite Frage, dann bleibt er, ja, okay, jetzt hat er durch den Ausfall von Heulund vielleicht wieder ein bisschen mehr Relevanz im Kader, aber falls nicht, ist das dann stimmungstechnisch irgendwie ein Killer für die Kabine? Gute Frage. Also es kommt darauf an. Also ich glaube schon, dass er so Stinkstiefelpotenzial hat und ja, diese Instagram-Sache, whatever, I don't care. Also kann aber natürlich so ein Indikator sein, muss man darauf achten und wenn er Stinkstiefel ist, ja gut, dann gibt es halt für ihn die Trainingsgruppe 2, was soll man machen? Aber ich meine, damit macht er nur seinen Status kaputt. Er ist von einer Art gekauft worden, er will aber eigentlich noch zu einem besseren Verein relativ schnell wechseln. Also dann wird es auch ihm gut tun, möglichst Saisonleistung abzuliefern und dann halt zu gehen, nachdem er ja gut performt hat. Also ich glaube, es ist kontraproduktiv, das hilft auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, er hat noch ein halbes Jahr Vertrag und dann ist er weg. Das ist, dafür ist es zu lang. Ja. Ja, also wenn man die Ambitionen hat, zu einem anderen Verein, zu einem vielleicht auch höherklassigen Verein zu gehen, dann muss die Leistung irgendwie passen und dann kann man jetzt nicht irgendwie hier den Bele Allüren auffahren, weil dafür passt die Leistung halt einfach nicht. Ja, das ist es halt. Aber gut, wer weiß, vielleicht wäre das dann tatsächlich auch so ein Signal, was man ihm vermitteln kann, zu sagen, du pass auf, da hat sich jetzt eine Option aufgetan. Du hast denn die Ambitionen, da irgendwie weiterzugehen. Wir können gerne irgendwie im Winter oder whatever über einen Wechsel irgendwie reden. Aber du siehst halt auch, es hat sich keiner gemeldet, wenn du wirklich weg willst, dann sieh halt zu, dass du die Leistung auf dem Platz bekommst, die Chance geben wir dir. Das ist es doch und das ist auch gar nicht, also ich meine, jeder Sportler muss dann im Endeffekt auch so arbeiten für sich, dass es auch sinnvoll ist und im Endeffekt, du gewinnst doch nichts dadurch. Wenn du jetzt einen auf Mackie machst und jetzt hier irgendwie, ja, 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 was wollt ihr, was wollt ihr, ist doch alles scheiße. Der muss einfach, der muss einfach spielen und muss sehen, dass er auf möglichst viele Spiele kommt, die möglichst erfolgreich gestaltet und dann sagen kann, Leute, ich habe alles gegeben, ich will aber jetzt weg und jetzt versperrt ihr mir nicht den Weg und das wird dann auch niemand machen. Nee. Ich glaube, es ist einfach besser. Ja, 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 also ich glaube, da hat die Eintracht in der Vergangenheit gezeigt, dass wir sehr selten Spielern Steine in den Weg legen, gerade dann, wenn es eben auch nachvollziehbare Gründe irgendwie gibt, dann würde man ihn da mit Sicherheit auch ziehen lassen, aber die Rahmenbedingungen müssen halt schon irgendwie so ein bisschen am Ende des Tages stimmen. Auf jeden Fall. Gehe ich ganz fest auch davon aus. Wie gesagt, ich würde mir jetzt immer noch wünschen, dass ein Dina Elbimbe, der halt ein Riesenpotenzial hat, einfach Bock hat zu bleiben und dann abzuliefern. Ja, genau. Bock hat zu bleiben, Bock hat Leistung, konstant Leistung zu zeigen. Ich glaube, Möglichkeiten national wie international hätte er tatsächlich dann da genug. und er war ja auch in der Vergangenheit immer irgendwie im Kader, immer irgendwie ein Wechselspieler, dass er dann jetzt auch gerade gegen Dortmund ja nicht im Kader war. Das ist, glaube ich, schon ein mehr als deutliches Zeichen, dass da jetzt einfach die Zeit, der wir drücken beide Augen zu, einfach rum ist. Ja. Aber du hast dann da noch was anderes angesprochen, womit ich mich eigentlich auch schon wieder irgendwie im Vorfeld zu der heutigen Sendung oder sagen wir mal so bis gestern, war ich bei diesem ganzen Thema Mamouche, weil es ja doch irgendwie ruhiger wurde. Ich glaube schon wegen gut, das Thema ist irgendwie vom Tisch. Unser Sturm ist irgendwie fix, alles irgendwie fein. Jetzt kommt da heute wieder eine neue Dynamik rein. Angeblich hat Nottingham aus der Premier League Interesse an Mamouche, hat wohl ein, ja, wie konkret das Angebot tatsächlich ist, ist nicht so richtig zu erkennen. Aber so irgendwas um die 20 Millionen Pfund wohl als Angebot in den Raum gestellt, das wären so umgerechnet, so um die 24 Millionen Euro, was natürlich eigentlich ein bisschen arg niedrig ist und natürlich jetzt auch hinten dran, man bekommt da wieder so ein bisschen Moani-Flashbacks, es wird langsam hinten raus eng und von daher ganz offensiv an dich die Frage, lieber Marvin, wo wäre denn aus deiner Sicht die Schmerzgrenze, wo man einem Abgang von Mamouche zustimmt, auch wenn man keinen Ersatz mehr verpflichten kann? Oh, shit. Das ist eine fiese Frage. Ja. Denn keinen Ersatz verpflichten ist für mich ehrlich gesagt ein No-Go. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass selbst mit oder ohne Abgang wir eher nochmal über einen flexiblen, ja vielleicht auch ein bisschen anders gearteten Spieler im Sturm hätten nachdenken können. Das heißt also, selbst mit Mamouche Verbleib hätte ich, wenn ich die Eintracht gewesen wäre, noch zugeschlagen, hätte es Optionen gegeben. Das heißt, wenn Mamouche jetzt geht und wir zwar Geld haben, aber niemanden, der ihn ersetzen kann, dann würde ich es gar nicht machen. René, wie siehst du das? Erstmal, ich weiß, man soll normalerweise auch Fragen nicht mit Gegenfragen antworten, ich mache das jetzt unhöflicherweise, aber trotzdem, wenn du sagst, trotz Mamouche verbleibt, hättest du nochmal, wenn es Optionen gibt, zugeschlagen, ich entnehme der Aussage, es geht um die Offensive und es geht um eine Art Spielercharakter, Spielertyp, den wir heute nicht drin haben. Was wäre denn das für ein Spielertyp für dich? So eine Art 1 zu 1, 1 gegen 1, Dribble-Speed-Spieler oder was siehst du da? Welcher Spielertyp fehlt dir da im Sturm? Ja, also es ist schon so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen der Typ, also ich meine, du hast mit Matanovic beispielsweise eine absolute Kopfballgewalt, ein Spieler, der natürlich auch den Ball gut halten kann, aber so ein bisschen ein Gegenpol, also dann hast du eher so einen Wusler wie Mamouche, irgendwas so da drin, so irgendwie so einen eiskalten Striker, weißt du, was ich meine, so einen eiskalten Striker, Iketike ist das schon super, der ist halt ein Futtler, aber der ist ein guter Typ, aber wenn du jetzt jemanden hättest und ich sag jetzt den Namen einfach mal und weil er durchaus nicht komplett unrealistisch ist und hättest du jemanden bekommen wie ein Silber, André Silber, der ja noch nicht so hundertprozentig glücklich bei seinem aktuellen Verein ist, dann hätte ich das mega gut gefunden, weil der ist ein eiskalter Striker, der denkt nicht lange rum und hat eine Zielsicherheit, die uns in Nuance manchmal abgeht und würde eigentlich so das Bild vorne für mich kompletieren, liebe Leute, schreibt ihr ganz gerne uns mal, ob ihr da jemand anderen sehen würdet, ich weiß, es ist sehr viel verlangt, das kann man dem Kader auch eigentlich nicht zumuten, dass da noch ein Stürmer kommt, aber manchmal sind wir alle größenwahnsinnig. Ja, ich sag mal, wenn wir jetzt wieder zurückgucken, was wir vorhin besprochen haben, zu dem Dortmund-Spiel, wo wir einfach in vielen Stellen den Abschluss nicht geschafft haben, wo wir vielleicht auch ein bisschen zu, ja, wir haben halt so ein paar, wie sagt Basti immer so schön, so ein paar Baller da in der Mannschaft, die es dann halt irgendwie doch einfach nochmal irgendwie ein bisschen schöner machen wollen und wenn du halt einfach so einen eiskalten Abschlussspieler da vorne drin hast, der einfach weiß, wo das Tor ist und nicht lange nachdenkt, sondern halt einfach, ich sag mal, aus dem Muskelgedächtnis heraus den Ball mit Nachdruck und einem gewissen Torwillen da auf den Kasten bringt, das wäre tatsächlich so ein Spielertyp, der uns so ein bisschen da vorne drin fehlen würde, aber ja, es ist natürlich dann, du bläst die Offensive wieder sehr auf, es ist halt im Vergleich zu, vorher hatten wir irgendwie gar keinen Stürmer, dann auf, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben Stürmer oder prinzipiell Offensivkandidaten, die irgendwie für Torabschluss da sind, das ist dann schon auch so ein bisschen Ungleichgewicht an der Stelle. Ja und ich, wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass das überhaupt gar nicht irgendwie im Bereich des Möglichen ist, das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, es wäre halt nur, wenn sich Dinge ergeben, manchmal stehen die Sterne richtig und du kannst zur richtigen Zeit jemanden holen, der irgendwie noch dich weiterbringt und wie gesagt, bei dem Silver, der ist momentan nicht so wirklich zufrieden, also insofern, why not, hätte ich tatsächlich nochmal nachgefragt. Es ist ja sowieso crazy, es gibt ja tatsächlich den einen oder anderen Spiele, wo du sagen musst, Alter, das sind ja absolute Granaten bei uns gewesen, aber die haben alle jetzt gerade nicht mehr ihre glücklichste Zeit, selbst bei dem Kostic ist es ja momentan so, dass es bei dem auch irgendwo darum geht, naja, wie sieht es in Zukunft aus, spielt Kostic, wo spielt Kostic in Zukunft, ne, und da gab es ja Gerüchte um den VfB beispielsweise, wo ich sage, Alter, okay, bevor der zurück zum VfB geht, dann kann er auch wieder zurück zu uns kommen. Ich weiß, wir sind vielleicht anders aufgestellt, wir sind im anderen Zeitalter unterwegs, dass wir vielleicht eine andere Art von Fußballspiel haben, aber einen Kostic, den würde ich mit seinen Flangen immer noch ganz gerne nehmen, also ich will nur sagen, manchmal ergibt sich da halt was und einen Kostic, gerade im Gegensatz vielleicht zu einem Rebic, der vielleicht deutlicher abgebaut hat, auch wenn es mir weh tut und dann hätte ich das halt total geil gefunden, wie ihr merkt, es gibt noch Möglichkeiten, aber bei Rebic ist ja jetzt der Käse gegessen, der ist jetzt der Letzsche gewechselt und bei Kostic hat man noch nichts gehört. Ja, ja. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die du mir gestellt hast, also ich würde auch ungern Mammusch ohne einen potenziellen Ersatz gehen lassen, ich glaube aber, wenn jetzt, und das ist halt dann, ja, es gibt einfach glaube ich so Grenzen, da kannst du als Eintracht Frankfurt nicht Nein sagen, ich glaube, wenn jetzt Nottingham ihr Angebot nochmal irgendwie deutlich erhöhen würde und deutlich erhöhen wäre für mich halt eher so, dass wir irgendwo im Bereich zwischen 30 und 35 Millionen Euro liegen, vielleicht sogar dann am Ende noch irgendwie mit Prämien abhängig sich das Ding nochmal ein bisschen erhöhen kann, ich glaube dann bist du in einem Bereich, wo du als Eintracht Frankfurt nicht Nein sagen kannst, weil wir einfach auch nicht wissen, das ist halt in diesem Geschäft immer das Risiko, kann der Spieler nochmal dieses Potenzial abrufen, was er im letzten Jahr abgerufen hat, ich glaube Mammusch hat letztes Jahr einfach diese Thematik sehr stark angenommen, hat eine super Saison gespielt, das sind halt jetzt andere Bedingungen, er hat halt mehr Konkurrenz, ich bin auch manchmal noch nicht so ganz davon überzeugt davon, dass er sich mit der neuen Rolle, in der er sich da jetzt befindet, so 100% irgendwie abgefunden hat und ich glaube dann ist so 30 bis 35 Millionen Euro ist halt einfach die Schmerzgrenze erreicht, wo er einfach was sagen muss, auch wenn es dann irgendwie 19.57 Uhr am Freitagabend ist, alles klar, wir machen das Ding. Ja, das ist halt das Ding, also ich glaube Mammusch für einen Betrag, alles sich alles bei 30 Millionen läuft, Nottingham will da ja so ein bisschen die Schatulle öffnen, mal gucken, ob das dann genau so finalisiert wird, dann würde ich sagen, dann ist das in Ordnung grundsätzlich, wenn wir noch eine Alternative finden, ich bleibe dabei, André Silva während Wagnis, ja, ich muss den leider nochmal ins Gespräch bringen, dessen Marktwert ist so nach unten gegangen, weil die letzten Jahre nicht so richtig geil waren, aber der Typ ist eigentlich ein Killer, der ist immer noch ein Killer, der kann noch scoren, der ist noch nicht schlecht und das regt mich auch so ein bisschen auf, dass der halt irgendwie, ich meine, der hat mal einen Marktwert von 45 Millionen gehabt, der ist nicht schlecht und das kann nicht sein, dass da jetzt seit den letzten Jahren, da funktioniert es nicht mehr, keine Ahnung, was mit ihm los ist, wenn der mental fit ist, das müsste man natürlich vorher abklappern, aber dann würde ich den immer noch in Betracht ziehen und dann wäre es für mich ein okayer Deal zu sagen, Mammusch geht, auch weil das genau das ist, was du gesagt hast und das ist doch gar nicht bös gemeint, aber das ist vollkommen klar nachvollziehbar, dass ein Spieler, ja, der eine brutale Saison hatte und das war eine richtig geile Saison und das ist ein supergeil, sympathischer Typ und ich glaube, der will halt nur nach England, weil das so sein Traum ist, der würde sich aber nicht krumm stellen, wenn der die nächste Saison noch hier in Frankfurt wäre, da würde er nicht mucksen, dann hat er Bock auf Frankfurt, das ist ein geiler Typ und Mammusch ist mir ans Herz gewachsen und da will ich auch nichts hören, so und dann ist es auch okay, dann bleibt er auch, aber wenn die Sterne richtig stehen und wir gleichzeitig einen Ersatz bekommen, dann finde ich das machbar, für 30 Millionen würde ich es machen, für drunter übrigens auf keinen Fall. Ne, glaube ich, also es kommt dann halt sehr drauf an, auf den Ersatz, den du dann im Zafelsfall dann da potenziell am Haken hast, ob du es dann am Ende des Tages machst oder nicht, das ist dann halt einfach, das muss man da durchkalkulieren. ich finde die Idee mit Silber tatsächlich nicht, auch nicht so komplett verkehrt, weil ich glaube schon, dass er immer noch eine ordentlich große Fanbase in Frankfurt hat, er würde schon auch sehr gut von den Fans wieder aufgenommen werden und da auch den nötigen Zuspruch erhalten und ich glaube, das wäre auch das, was ihm helfen würde, da wieder Tore zu machen und selbst wenn der dann am Ende des Tages vielleicht nicht für 35 Tore irgendwie da ist, aber wenn der vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 irgendwie bringt und wir vielleicht auch dann in Kombination mit einem Matanovic auch nach Ecken wieder ein bisschen gefährlicher sind, wo wir ja by the way gegen Dortmund auch irgendwie in einer halben Stunde sechs Ecken hatten und davon war auch eine ungefährlicher als die andere, ich glaube schon, dass das eine Variante wäre. Also ich bin sehr gespannt, was Markus Grösche da zum Ende der Transferperiode jetzt nochmal kocht, ich glaube, er muss sich da jetzt aber einfach nochmal seine Chefkochmütze rausholen und da nochmal ein bisschen zaubern, das könnte jetzt alles nochmal schlässig werden. Und selbst wenn Mamouche bleibt und ich bin dann auch super happy damit, ich freue mich, dass er ein Jahr wieder weiter hier ist, auch dann gibt es vielleicht eventuell die Möglichkeit, bei absoluten babakrassen Vereinen, sei es in England oder vielleicht auch in Spanien, nochmal auf die hinteren Ränge zu gucken und da zu überlegen, gibt es da vielleicht den einen oder anderen Spieler, keine Ahnung, bei Barcelona 2 oder bei Real Madrid Castilla, die ein Riesenpotenzial haben, aber vielleicht gar nicht auf so viele Einsätze kommen und dementsprechend, vielleicht wird denen eine Laie ganz gut tun. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da nochmal aktiv wird oder vielleicht zumindest mal ein Auge drauf wirft, weil ich sehe Teams wie, ja, Real, wie gesagt, ist unfassbar krass besetzt, da musst du erstmal irgendwie versuchen, in die Nähe der Startelf zu kommen und wenn es dann für den einen oder anderen jungen Spieler zu heftig ist, da wäre die Eintracht zumindest als Leihoption immer eine denkbare Möglichkeit, dann vielleicht eher auf den Außen, also so einen richtigen, wie soll ich sagen, so einen richtigen Brecher oder so einen richtigen Top-Scorer habe ich jetzt bei den Zweitmannschaften jetzt nicht so gesehen, der irgendwie finanziell verfügbar wäre, aber da würden sich vielleicht auf den Außen Leute anbieten, die aber auch so ja, rechts außen, links außen irgendwie verfügbar sind. Könnte auch eine Option sein. Ja, wobei man ja schon auch sagen muss, der Kader ist ja gerade schon auch nicht gerade so klein, den wir da haben, also ich weiß nicht, ob man da jetzt... Es werden alle auf ihre... Ja, ich verstehe das, ich verstehe das, da hast du vollkommen recht, ich bin immer hundertprozentig überzeugt, dass jeder auf seine Einsatzzeit kommt. Also ich glaube, dass wir einen regelmäßigen Matanovic sehen, der auf viel Einsatzzeit kommt. Wenn Usun fit bleibt, wird er auch, gerade für mancher Ibi spielen, mal vielleicht aber auch irgendwie auf eine andere Position rücken, die eher so... Also nicht, nicht, dass er gleichwertig wäre, aber so ein bisschen auf so eine Götze-Position mal kommen, vielleicht generell weiter nach vorne aufrücken. Also ich glaube, jeder kommt auf seine Einsatzzeit, du musst auf Knauf achten, der immer so mein Emotionsspieler ist und der aber natürlich offensichtlich halt Schwächen hat. Die kann er mit anderen stärken, dass er beispielsweise schnell den Abschluss sucht, dass er tatsächlich eine gewisse Torgefahr hat, dass er eine Unberechenbarkeit hat. Das ist dann das Positive. Das muss man abwägen, aber der kommt genauso auf seine Spielzeit. Selbst mit einer Person mehr würde das in meinen Augen funktionieren. Okay. Ja, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall spannend und es gibt ja auch noch so ein paar andere Kandidaten im Kader, wo jetzt so ein bisschen die Trennungsgerüchte irgendwie kommen. Ich glaube, Buta hat verstanden, dass er da jetzt nicht mehr so die Riesenrolle spielt, spätestens jetzt nach der Christensen-Verpflichtung da hättest du ja auch noch, je nachdem wie du spielst, dann auch einen Knauf oder auch einen Ibimbe dann für die rechte Außenbahn. Also ich glaube, der hat sich jetzt auch so ein bisschen mit dem Wechselthema beschäftigt und da scheint es ja auch Gerüchte in Richtung Ligue 1 zu geben. Ja, es ist so. Ich kann das auch verstehen und für ihn ist das natürlich total nachvollziehbar. Irgendwie ist es schon trotzdem ein bisschen scheiße. Also ich finde, in meinen Augen ist es nicht so, dass wir jetzt auf Gedeih und Verderb hier in Aurelio Buta, der übrigens gleich alt ist wie Christensen, abgeben müssen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu wenig die Leute schätzen, die tatsächlich im Verein sind. Aurelio Buta ist nicht der laute Sprecher, der irgendwie die ganze Zeit auf den Tisch schaut, ist nicht der Typ, der irgendwie, keine Ahnung, viel Lärm macht. Aber in den letzten Jahren kam der auch immer auf seine Einsatzzeit. Ich meine, Aurelio hat 30 Spiele in der letzten Saison gemacht, hat 18 Spiele in der Saison zuvor gemacht, hat für uns immer auch mal absurderweise das ein oder andere Törchen getroffen, hat in der Conference League viel gespielt. Also der ist schon nicht, der ist schon präsent. Und als Backup würde ich das immer noch besser finden, je nachdem, auf welcher Position, auf welchen Position wir dann gehen, würde ich das immer noch besser finden, weil danach wird es nämlich schon wieder eng. Natürlich können wir dann wieder umstellen, können sagen, ja, den können wir aber als Rechtsverteidiger sehen. Aber also ich finde es nicht zwingend. Ich weiß, man muss irgendwelche Erlöse machen, aber irgendwie habe ich mich eigentlich auch mit Buta als so ein Backup-Spieler, könnte ich mich auch sehr, sehr gut anfreunden. Ich könnte mich damit auch gut anfreunden. Die Frage ist halt, ob der Spieler sich in dieser Rolle sieht und ob das seinem Ambitionsniveau irgendwie entspricht oder ob er halt sagt, okay, ich möchte nicht irgendwie fix als Backup irgendwie drin sein, sondern ich möchte irgendwo sein, wo ich auch ganz klar die Möglichkeit habe, mich auf einen Standplatz irgendwie zu bewerben, mir den zu erarbeiten oder irgendwas und ich glaube, in diese Kategorie fällt er halt bei uns nicht. Also klar wird er auch, wie du es beschrieben hast, seine Einsatzzeiten würde er wahrscheinlich auch bekommen, aber er wäre halt immer tendenziell eher der Einwechselspieler, der Ersatzspieler, der Backup-Spieler. Ich glaube nicht, dass er in dieser Konstellation, wenn ein Christensen fit und unverletzt und nicht gesperrt ist, er dann eine Möglichkeit hätte, sich dauerhaft einen Standplatz zu erarbeiten. Nee, das nicht. Das nicht. Das wird er nicht bekommen. Also das ist klar, das glaube ich auch. Ja, das ist richtig. Mal sehen, was man jetzt damit macht. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben noch bis Freitag 20 Uhr ist das Transferfenster in der Bundesliga noch offen. Genau, und damit werden wir nochmal ganz kurz rein. Weil es sind ja noch ein paar andere Sachen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Denn das sind jetzt so die Offensichtlichen. Das ist auch gut. So, jetzt ist es irgendwie so, Namedy Collins scheint jetzt nochmal zu bleiben. Aber was ist mit Angenet? Der ist auf einem Paycheck. Aber da passiert ja nichts. So, was ist da jetzt genau? Gibt es da, geht er oder geht er nicht? Das ist ja so einer von den Spielern und tatsächlich auch, was machen wir jetzt mit Listisch? Listisch wird wahrscheinlich auch nicht irgendwie in die Nähe des Kaders kommen. Ist es sinnvoll, den jetzt irgendwie ein Jahr bei uns zu lassen? Der ist 19, das ist nur ein schwieriges Entwicklungsjahr. Was machen wir da? Sind wir mit Baoya so sicher, dass der sich so gut in dem Jahr rankämpfen kann, dass der bleibt? Oder sagen wir, okay, wir verleihen den auch nochmal. Also da sind so drei Namen, für mich die drei auffälligsten Namen, bei denen man wirklich nochmal nachdenken muss. Was macht man? Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Laie da noch möglich wird, aber auch da muss man zumindest bis Freitag nochmal Gedankenspalz reinstecken. Ja, ich glaube, das Experiment und Göné kann man so mehr oder weniger als nicht erfolgreich bezeichnen. Man hatte ihn geholt in der Hoffnung, dass er irgendwie in der Abwehr helfen kann. Das hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Das hat er zusätzlich mit Collins, den du gerade eben schon angesprochen hast und Amanda, den man da ja auch noch hat in der Innenverteidigung, hat er zwei, die, glaube ich, jetzt eher da den Zuspruch bekommen. Von daher, er wäre für mich definitiv ein Kandidat, wenn du die Option hast, ihn irgendwo anders da Laie oder sogar komplett Verkauf irgendwo hinzustecken, dann würde ich dem zustimmen. Ich glaube, der hat da wenig Aussicht auf Erfolg. Bei Listec sieht es anders aus. Der ist natürlich ganz klar geholt worden als Potenzialspieler, als Nachwuchsspieler, aber der braucht natürlich auch Spielpraxis. Jetzt weiß ich nicht, jetzt kommt der gerade aus der ungarischen Liga hierher, ihn jetzt wieder zu verleihen. Kann ich jetzt schlecht einschätzen, weil ich den Charakter von ihm nicht kenne, aber das sind natürlich dann auch relativ viele Wechsel, die dann irgendwie innerhalb so kurzer Zeit stattfinden. vielleicht kannst du denen auch tatsächlich Richtung U23 da irgendwie dann Spielzeit geben. Das ist wahrscheinlich nicht das Optimalste, aber dann wäre er zumindest am Kader noch dran. Und Baruja kann ich halt gerade irgendwie überhaupt nicht einschätzen. Also da tue ich mich richtig schwer mit. Ich glaube, wenn Mamosch bleiben würde, dann wäre auch die Offensive da zu sehr voll, dass er da regelmäßig und ausreichend Spielzeit bekommt, dann würde ich ihn tatsächlich verleihen. Aber das ist jetzt so, ohne ihn komplett einschätzen zu können, ist das jetzt irgendwie da so ein bisschen Einschätzung. Naja, dann hast du das mal eingeschätzt, würde ich sagen. Hab ich mal eingeschätzt, ne? Genau. Ja, aber wie gesagt, wird auf jeden Fall noch spannend bis Freitagabend 20 Uhr und dann ist ja noch die Frage, andere Ligen haben ja noch ein bisschen länger offen, das heißt zumindest Wechsel in andere Ligen sind ja dann noch möglich. Also das wird am Freitag nochmal reichlich interessant. So ist es. Ja, und wer das nicht in einem Ticker verfolgen will, sondern jungen, charmanten Menschen beim eventuell Ausrasten im Internet zuschauen möchte, der schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Fußball 2000 vorbei. So ist es. Genau. Und das ist ja nur einer von ganz vielen Terminen, die jetzt irgendwie in dieser Woche stattfinden. Wir haben ja noch einen zweiten Termin am Freitag, neben dem tatsächlichen Deadline-DDR am Abend stattfindet, haben wir ja am Mittag, ich glaube 13 Uhr ist der Zeitpunkt der Auslosung, findet die Auslosung der UEFA Europa Liga-Phase statt. Lieber Marvin, hast du dich denn damit schon beschäftigt? Hast du Rutsch-Kandidaten für die Liga-Phase? Ach, gute Frage, ehrlich gesagt. Da sind ein paar, die ich irgendwie ganz spannend finden würde. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal nach Pilsen fahren, nach Tschechien beispielsweise. Ach, ja, so vielleicht Bulgarien, da muss man natürlich aufpassen, ob man die aufs Maul bekommen soll. Nach Raskat könnte ich mir aber tatsächlich auch irgendwie ganz gut vorstellen. Ich will irgendwie nicht nach Belgien, das sehe ich nicht so kommen. Das ist nichts für mich, weil das die letzten Male einfach reicht kein, das war nicht so schön. Ich weiß noch, als der Rollator nach uns geworfen wurde, das war jetzt nicht so eine optimale, perfekte Experience. Ja, ach, da gibt es schon ein paar Vereine, auf die ich auf jeden Fall Bock hätte. Es kann das richtig Große passieren. Natürlich, Braga hat jetzt das Hinspiel gewonnen gegen Rapid Wien, aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Spiele jetzt am Donnerstag gegeneinander. auch das würde ich total geil finden, wenn wir als Eintracht zu rapid fahren würden, also da wäre ich auf jeden Fall zu haben. Es ist alles möglich und es ist ja tatsächlich auch möglich, wenn ihr es richtig verstanden habt, dass wir sogar gegen auch deutsche Vertretungen antreten können, spielen könnten. Also mal schauen, mal schauen, was da so möglich ist. Aber ich habe Bock. Ist das nicht ausgeschlossen, gegen Mannschaften aus dem eigenen Land zu spielen? Ich dachte, das wäre erst irgendwann ab Viertelfinale drin, aber vielleicht habe ich mich dann auch... Ich glaube, es ist drin. Ich glaube, es ist drin und es ist möglich. Wir können, also aber vielleicht, wir gucken mal, aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht möglich. Aber wie gesagt, da hast du Mannschaften wie den AS Rom. Ich muss nicht schon wieder nach Rom. Eigentlich eine coole Mannschaft, muss ich nicht noch wieder hin. Manchester United. Shut up and take my money. Würde ich sofort machen. Total geil. Dann gut, nochmal Rom. Diesmal Lars hätte ich keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock auf Tottenham Hotspur. Muss nicht schon wieder nach London zum Fußball. Porto brauche ich jetzt auch nicht. Aber Real Sociedad, San Sebastian ist ja absolut herausragend. Supergeile Stadt, habe ich gehört. Sehr viel Positives. Altmar würde ich mir irgendwie als kleine Auswärtsfahrt eventuell auch mal gut vorstellen können. Istanbul ist zweimal drin. Ich war noch nie in Istanbul. Klingt potenziell auch interessant. Mytiland könnte etwas sein. Also da ist eine Menge möglich und ich hoffe, wir bekommen, sage ich mal, die Sahnespitzen davon. Ja, also ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas mit Rom oder hier London dabei ist, ist ja schon relativ groß, weil wir kriegen ja, wenn ich den Modus richtig verstanden habe, aus jedem der Töpfe zwei Mannschaften zugelost, sodass wir insgesamt acht Spiele in der Liga-Phase haben, vier Auswärts, vier Heimspiele und da hast du natürlich, wenn du sagst, du kriegst zwei aus Topf eins und da sind die beiden Römer drin und da sind die beiden Londoner Vereine drin, also mit Manchester und Tottenham, dann ist die Treffer, also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen der beiden irgendwie erwischst, ist halt schon irgendwie groß. Also da kannst du dich wahrscheinlich gedanklich schon mal irgendwie drauf einstellen. So, was ich sehe, ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube, du hast recht, also dass erst in der K.O. Phase dann Mannschaften einer Nation aufeinander treten, treffen können, also insofern ist es da, diesmal vielleicht dann doch unterschiedlich, hoffe ich natürlich, jetzt gegen Hoffenheim muss ich hier nicht antreten. Ja, also ist ja so, wir haben ja erstmal Liga-Phase, das heißt, wie gesagt, du hast acht Spiele in diesem, ja, Liga-System, deswegen heißt es ja Liga-Phase, vier Auswärts, vier Heimspiele, die ersten acht sind automatisch weiter und dann spielen die Plätze neun bis vierundzwanzig, spielen dann nochmal eine K.O.-Runde gegeneinander aus und nach dieser K.O.-Runde, wenn es dann in die normalen K.O.-Runden Systeme geht, da kannst du glaube ich dann wirklich erst auf Mannschaften aus dem eigenen Land irgendwie treffen. Genau. So wird das irgendwie gelost. Das heißt also, bis zu vierundzwanzig Mannschaften beziehungsweise vierundzwanzig Mannschaften können sich qualifizieren, es ist eigentlich schon so, dass man eintraten. Nee, sechsunddreißig können sich, sechsunddreißig sind in der Liga-Phase. Jaja, aber ich meine jetzt vierundzwanzig können sich für die nächste Runde qualifizieren, weißt du? Danach ist ja Schluss. Nee, 16. Nee, 24, wie gesagt. Acht sind gesetzt, ja, okay, wenn du die Playoff-Runde als nächste Runde irgendwie siehst. Genau, genau, genau. Also im Endeffekt, ne, sollte schon das Ziel sein, der Eintrag entweder direkt durchzurutschen, wenn nicht, dann aber definitiv als einer der anderen Qualifikationsplätze noch zu belegen. Und mal gucken, wir sind sehr gespannt, auch das werden wir am Freitag bei Fußball 2000, beim Redline-Day natürlich ausführlich thematisieren. Wird mega spannend zu sehen sein, gegen wen wir dann antreten. Leider, leider, leider für all diejenigen, die jetzt schon fleißig booking.com aufgeschlagen haben, Skyscanner, wir werden das am Samstag wissen, wo wir dann spielen und wer zu uns nach Frankfurt kommt. Ja, das ist halt leider auch in diesem neuen System so ein bisschen der Downer. Wir wissen zwar am Freitag, wer die Mannschaften sind, gegen die wir spielen, wir wissen aber noch nicht, ob heim oder auswärts. Das wird quasi dann im Nachgang geklärt, wie dann der tatsächliche Spielplan dann aussieht. das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwierig. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie ich diesen Modus finden soll. Ich glaube, das muss man dann auch erstmal auf sich wirken lassen. Es hat natürlich das Potenzial, dass du einfach mehr Mannschaften irgendwie sehen kannst, aber ja, wie sich es tatsächlich am Ende des Tages für so eine reisefreudige Fangruppe wie die Eintracht-Anhänger dann nachher anfühlt, das muss man dann tatsächlich auch gucken. Und man muss ja auch dazu sagen, in diesem neuen System, du hast zwar dann diese Zwischenrunde, diese Quali-Runde oder diese Playoff-Runde, du hast aber auch keine Möglichkeit mehr in einen niedrigklasseren Wettbewerb abzurutschen. Also wenn du in der Playoff-Runde oder halt direkt nach der Liga-Phase raus bist, dann bist du halt raus. Ja, das ist absolut richtig. Ja, das ist die eine Auslosung, die diese Woche stattfindet. Und dann gibt es ja am Sonntag auch noch die Auslösung für die zweite Runde DFB-Pokal. Also die haben wir natürlich auch noch. Das heißt, am Ende dieses Wochenendes oder am Ende der Woche, wenn wir jetzt mal das Wochenende mit dazuzählen, wissen wir, wie der finale Kader der Eintracht aussieht, wer unsere Gegner in der Europa League sind und wer unser Gegner in der zweiten Runde DFB-Pokal sind. Tja, das ist es. Leider gab es ja kaum Überraschungen im DFB-Pokal, die jetzt irgendwie relevant gewesen wären. Leider sind die Bayern noch drin. Leider ist scheiß RB noch drin. Oh nein, darf ich nicht sagen. Doch, doch. Ungutes, ungutes RB noch drin. Also insofern, ja, sobald RB wieder raus ist, freue ich mich wieder, dass es dann nur noch ganz wenige absolut scheißige Lösungen gibt. Ich bin gespannt, weil der UFC natürlich noch drin ist. Die haben ja 2-1 gegen Magdeburg gewonnen. Eine hitzige Partie, erfolgreich bestritten, der Viertlick ist. Und der scharrt natürlich mit den Hufen, ein Heimspiel gegen die Eintracht zu bekommen. Ob so kommt, wir wissen es nicht. Wir werden es natürlich sehen. Auch Darmstadt ist noch in der Verlosung. Kein Bock hätte ich beispielsweise auf Dynamo. Das wäre nix. Aber ansonsten gibt es schon ein paar attraktive Lose. Hoffentlich halt jetzt nie so einen langweiligen Bundesligisten oder so. Aber so das eine oder andere kann mir auch vorstellen, dass da ein bisschen was drin wäre, wenn wir gegen die Arminia aus Bielefeld antreten würden. Oder, ja, naja, mal gucken, was Lautern, Nürnberg. Lautern. Ja, definitiv. Aber dann hat es halt tatsächlich dann auch schon langsam auf. Ansonsten ist da wieder sehr viel typisches Gelerch dabei. Gegen Anregensburg. KSC wäre jetzt auch so für alte Bundesliga-Nostalgiker, wäre das jetzt auch nochmal was? Nochmal eine Partie gegen den KSC spielen? Ja, stimmt. Vielleicht kommt Winnie Schäfer zurück. Ansonsten. Aber auch nicht gegen Scheißwurfsburg. Ne, das ist richtig. Also wird auf jeden Fall spannend. Viele Termine diese Woche, die dann da zu verarbeiten sind. Und ja, die Frage, die jetzt natürlich dann im Raum steht, wie spannend wird denn das Spiel am zweiten Bundesligaspieltag gegen die TSG aus Hoffenheim? Ähm, erstes Heimspiel, die ja TSG, die am Wochenende ja gegen Holstein Kiel gespielt hat, am Ende des Tages auch gewonnen hat, aber jetzt auch, finde ich, ich habe jetzt das Spiel nur in der Konferenz verfolgt, beziehungsweise dann in der Nachberichterstattung. Die haben jetzt da aber auch nicht so absolut die Sterne vom Himmel gespielt. Also TSG auch angeschlagen, oder? Ja, ach, ach, das ärgert mich schon wieder mit der Scheiß-TSG, weil es ist halt auch einfach scheiße nervig, dass die jetzt schon wieder Geld investieren können, wie als würde es keinen Morgen mehr geben, ne? Ich meine, wenn ich mir mal angucke, klar, Maxi Bayer haben so verkauft, schon ganz gut, aber die haben jetzt trotzdem wieder mehr Leute gekauft oder mehr eingekauft, als dass sie, ähm, ja, Geld, was sie reinbekommen haben. So, das ist ärgerlich. So ein Adam Loschak, der kostet jetzt irgendwie 18 Millionen, äh, ein Alexander Pras, weiß ich nicht, ob man wirklich 9,5 Millionen für den ausgeben muss, aber gut. Und dann haben sie so echt so eine dark, äh, dunkle Waffe wie Haris Tabakovic, der hat in der letzten Saison echt gut gescored. Ja, das ärgert mich. Und dann hast du halt genau jemanden, der halt immer funktioniert wie André Kramaric, irgendwie ein Leben lang im falschen Verein gewesen, irgendwie auch ein guter Kicker. Gut, der wollte wahrscheinlich keine Aufregung haben. Also, von der Mannschaft her ist das spannend gerade. Ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem ein bisschen unrund ist. Du sagst, dass der Sieg, ja, war in Ordnung, aber tatsächlich auch gegen Holstein Kiel jetzt, ja, also, ich will mal nicht sagen, überzeugend geht anders. Und dann darf man natürlich nicht vernachlässigen. Bei den Hoffenheimer, da brodelt es halt, ne? Also, es ist momentan so, dass der große Fanmob, wir kennen ihn alle, die Zehnversprengten da oder so, dass die jetzt aufbegehren, selbst die begehren jetzt auf gegen den Schattenmann-Hop, was ich irgendwie eine erfreuliche Entwicklung finde. Keine Ahnung, auch wenn es natürlich absurd ist, ne? Dass jahrelang passiert nix, sagst sie nix und dann plötzlich, aber gut, ich meine, die eine oder andere Realisierung beginnt halt später, dann bin ich auch zufrieden damit. Aber das ist tatsächlich für Hoffenheim, wir lachen drüber, ne? Aber wenn du halt eh keinen großen Fanstamm hast und die Fans, die dir immer die Treue gehalten haben, wenn die dann richtig wütend sind und ich sag mal so, auch mit 20, 30 Mann lässt sich ein bisschen Alarm machen und es scheint da gerade so zu sein. Also, die nehmen das schon ernst, die Hoffenheimer. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass die Stimmung nicht so richtig gut ist. Auch wenn die halt mit einer negativen Transferbilanz wieder in die Saison gehen und jeder sich nur fragt, naja, wie lange soll das eigentlich noch möglich sein. Aber ich glaube, da stimmt es an vielen Stellen noch nicht und das könnte unsere Chance sein. Ja, auf der einen Seite klingt es ja immer so ein bisschen lustig, wenn man dann sagt Hoffenheimer oder hört Hoffenheimer Fans begehren auf und irgendwie wettern gegen den Mäzen und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss man ja eigentlich auch als Fan des 50 plus 1 Systems und der Art und Weise, wie es halt immer noch Vereine tatsächlich in der Bundesliga gibt, muss man ja eigentlich auch froh sein, wenn dann auch da die Fans langsam mal sagen, so okay, liebe Leute, ihr habt uns versprochen, ihr haltet euch jetzt an 50 plus 1 und der Mensch geht irgendwie raus und jetzt funktioniert das dann doch irgendwie alles nicht und ihr macht ja doch irgendwie, was ihr wollt und macht hier so Monarchie-Entscheidungen, also so richtig, er passt es nicht. Also eigentlich muss man ja fast froh sein, dass auch da dann tatsächlich die Fans irgendwann sagen, so okay, das passt halt irgendwie alles nicht da rein. Da würde man sich glaube ich auch wünschen, wenn das in anderen, bei anderen Vereinen auch mehr passieren würde als jetzt nur da. Ja, ja, ja. Also grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht. Ich bin jetzt auch kein Insider, Hoffenheim-Insider, aber ich sehe das. Wärst du auch hier falsch. Ja, auf jeden Fall sehe ich das mit Interesse. Und ja, natürlich ist es auch interessant, dass es da diese Bewegung jetzt langsam gibt. Mal schauen, welche Blüten sie noch treiben. Für uns kann es auf jeden Fall von Vorteil sein, aber ich bin ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Denn das Heimspiel, das erste Heimspiel der Saison zu einer wunderbaren Zeit, zu einem wunderbaren, hoffentlich wunderbaren Tag, vielleicht wird es ein bisschen zu warm eher, habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Aber gehen wir mal davon aus, dass alles wunderbar ist. Dann ist es um 15.30 Uhr am Samstag. Das ist genau Fußball, wie wir ihn lieben. Und dann hoffentlich vor möglichst voller Hütte die Eintracht Siegen sehen im ersten Saisonspiel. Und wenn du das gleich gewinnst, dann redet auch niemand mehr über Dortmund. Und genau das muss das Ziel sein. Und dann gehst du mit sicheren drei Punkten nach vorne. Und das ist ja auch so, die ersten Spiele sind halt schon interessant. Ich will nicht sagen, sie sind Gradmesser. Aber sei mir ehrlich, es ist halt auch schon wieder scheiße, dass die Eintracht spielt und dann einfach wieder zwei Wochen Pause sind. Das ist ärgerlich. Was soll das? Das hat mich auch fürchterlich irritiert, als ich dann vorletzte Woche habe ich das glaube ich erst so richtig wahrgenommen, dass dann schon direkt wieder eine Länderspielpause ist. Also es sind ja immer relativ frühe Länderspielpausen. Aber nach dem zweiten Spieltag, come on, jetzt hat der Kram gerade erst angefangen. Jetzt ist die Europameisterschaft ist ja jetzt auch erst seit ein paar Wochen irgendwie rum. Warum müssen die denn da jetzt schon wieder spielen? Das verstehe ich nicht. Nee, das will auch glaube ich von den Nationalmannschaften will das auch keine. Ich glaube, das ist eher so, dass es halt jetzt echt unglücklich getimt ist. Ich glaube, die Nationalmannschaften sind genauso unglücklich darüber wie alle anderen, weil es ist ja jetzt erst mal Halbphase Bundesliga. Es ist jetzt erst mal Halbphase für die eigenen Wettbewerbe. Erst mal wieder reinkommen, erst mal gucken, dass alles stimmt. Und danach geht es halt rund, weil danach hast du Wolfsburg. Mal gucken, wie Wolfsburg bis dahin aufgestellt ist. Dann hast du Gladbach. Gladbach letzte Saison eigentlich relativ desolat gewesen. Und das sind eigentlich alles Spiele, da müsste was bei rumspringen und am Ende September spielst du dann auch noch gegen Holstein Kiel. Also da solltest du dann im besten Fall mit Minimum sechs Punkten rausgehen. Das ist ein Gradmesser eigentlich. Ja, aber es wäre jetzt schon für den Einstieg in die Liga und bevor du jetzt dann dich wieder trennst für die Nationalmannschaft, wäre es glaube ich schon so für die Stimmung und für den Einstieg in die Liga, wäre es schon einfach gut, wenn du gegen Hoffenheim die Punkte mitnimmst. Und es ist auch für mich mehr als möglich. Also wie gesagt, ich habe das Spiel gegen Kiel in der Konferenz gesehen und die sahen da schon in vielen Situationen jetzt auch nicht so super geordnet aus. Gerade was so schnelles Umschaltspiel vielleicht auch die ein oder andere Flanke da reingeht. Da waren die jetzt auch von der Zuordnung auch nicht so super toll unterwegs. Die können halt auch und auch in dem Spiel konnten sie wieder sehr davon profitieren, dass sie mit Baumann halt schon einfach jemanden hinten auf der Linie stehen haben, der ein guter Torhüter ist, der wahrscheinlich auch eine komplett andere Rolle spielen würde, wenn er nicht in Hoffenheim wäre, sondern bei einem anderen Verein in der Bundesliga. Der hat ihn da halt auch schon wieder ganz gut den Arsch gerettet. Aber die sind schon auch alles andere als jetzt wohl sortiert gerade. Ja, und wenn du den Kramaric da in den Griff kriegst, dann haben die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, auf was man da jetzt irgendwie achten müsste. Nee, also ja, insbesondere für mich war es ein Major-Move und da kann ich ihm nur Glück wünschen dazu, dass der lieber Bayer weggewechselt ist. Ich finde, Bayer ist ein herausragender Kicker, auch ein sympathischer Kicker. Maxi Bayer wird, glaube ich, beim BVB viel Erfolg haben. Und ich bin sehr froh, dass der von diesem unsympathischen Verein jetzt weg ist und kann nur hoffen, dass er da bei seinem neuen Verein erfolgreich ist. Und es ist eine Schwächung für Hoffenheim auf jeden Fall. Und vielleicht ist das das Steinchen, was wir benötigen, um gegen die zu gewinnen. Ja. Und jetzt kommt die spannendste Frage aller Fragen, lieber Marvin. Und du kannst jetzt nicht irgendwie an jemand anderen weitergeben, aber wie würden wir denn aufstellen? Und wenn wir aufstellen, spielt Theat wieder Linksverteidiger oder spielt er in der Innenverteidigung und ist ein Mammusch da noch im Kader und kann spielen? Fragen über Fragen, beantworte sie mir. Ja, 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 ja. Also, ich finde schon, das ist ja eher, ich finde schon, das war ja eine Linksverteidiger-Position von Theat. Ich glaube, wir stellen hinten genauso eins zu eins auf. Also wir gehen Trapp, dann Theat, Koch, Tutor, auch wieder und Kirstensen, dann davor Larsson. Ich glaube auch, dass sich um Skiri nichts ändern wird und das machen wir jetzt auch erstmal nicht. Ja, dann stellt sich plötzlich die Frage, was ist da jetzt hier los? Was ist jetzt hier mit dem Mammusch? Ja, wenn du mich jetzt so fragst. Heute Morgen hätte ich gesagt, nee, der bleibt. Ja, heute Abend wird es schon ein bisschen dunkler, ehrlich gesagt. Dementsprechend glaube ich fast. Mammusch weg, dafür Götze in die Zentrale. Chaiibi bleibt links und rechts rutscht Knauf rein und Eketike ist vorne. Genau. Und dann müssen wir mal gucken, ob jemand eingewechselt wird, der dann perspektivisch Mammusch-Position übernehmen soll. Ja, also Chaiibi hättest du links und Knauf hast du rechts, sagst du. Genau. Was ist mit Variante Doppelspitze? Also ich hatte gerade eben kurzzeitig die Überlegung zu sagen, wir haben ja, Götze auf den Außen ist immer schwierig, aber ich würde es trotzdem vielleicht machen, so Götze und Chaiibi und vorne drin Eketike und Matanovic, gerade auch wie gesagt, weil die TSG-Abwehr im letzten Spiel auch so ein bisschen anfällig war für scharf reingeschossene Flanken, da hast du natürlich mit Matanovic jetzt auch nochmal so einen Brecher da vorne drin. Das ist richtig, ist richtig, aber Götze schießt ja jetzt keinen großartigen Flanken. Ja, okay, das ist natürlich in meiner These so ein bisschen der Downer, da gebe ich dir leider recht. Deine Holad Kostic. Also, wenn du flanken willst, Holad Kostic, was soll ich sagen? Kostic und Silva, vorne rein. Beide. Warum klein denken, wenn man auch groß denken? Ja, mach's halt. Nee, also, ich verstehe, das ist ein guter Punkt. Ja. Aber Götze ist dann der falsche Mann. Auch Knauf nicht hundertprozentig richtig, aber eher, eher, eher. Ja. In meinen Augen. Okay. Vielleicht ist es auch nur mein tiefer Wunsch, dass ich einmal den Doppelsturm Ekiteke-Matanovic sehen will. Er wird noch kommen. Er wird noch kommen. Ja, okay. Aber nicht gegen Hoffenheim. Nicht gegen Hoffenheim. Okay, dann gebe ich mich damit jetzt erstmal zufrieden, aber sehen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal angemerkt haben, Herr Topmüller. Sehen möchte ich das bitte? Ja, weißt du, was ich sehen will? Es lasern und Ebimbe in den defensiven Mittelfeldpositionen. Wow. Ich will eigentlich, dass Ebimbe sich da irgendwie mal wieder festzeckt. Da hat er Bock drauf. Wenn er irgendwie Platz fassen will, dann warum nicht da? Der ist so variabel einsetzbar, weiß er selber manchmal nicht, welche Position er spielt, aber vielleicht mal da. Das ist ein großes Problem. Ja, ja, ist es. Aber irgendwie, keine Ahnung, das ist meine naive Fußballhoffnung, die immer noch daran festhält und am Ende ist er am Freitag auch weg. Naja, schauen wir mal. Aber es bleibt spannend, aber das ist mein Kader dafür und dementsprechend glaube ich auch, dass wir mit dem Kader selbst ohne Mamouche mit dem 3 zu 1 vom Platz gehen. Das springt ja hier schon direkt in die Tipps, da kann ich hier noch nicht mal die Kapitelmarke noch gar nicht setzen. Du sagst, wir gewinnen 3 zu 1. Ja. Boah. Ja, also dass wir gewinnen ist für mich ist für mich klar. Ich glaube, das wird stimmungstechnisch absolute Abrissparty. Schießt Hoffenheim ein Tor? Nee, die schießen kein Tor. Die schießen kein Tor. Ich glaube, dafür ist unsere Defensive zu gut gerade drauf. Die haben gerade alle richtig Bock, Fußball zu spielen. Schießen wir drei Tore? Ja. Ich bin mal mutiger und würde sagen, wir gehen sogar mit einem 3 zu 0 am Ende des Tages raus. Und damit ist das Dortmund-Spiel komplett vergessen. Und dann haben wir erst mal wieder Länderspielpause. Dann können wir uns von den Strapazen des Liga-Betriebes wieder ein bisschen erholen. Können in aller Ruhe Reisepläne schmieden für die Europa League. Das ist ja dann der große Vorteil. Immerhin haben wir dann die Zeit, um in Ruhe alles zu planen. FC Lugano wäre vielleicht auch noch ein möglicher Kandidat. Würde ich auch nicht so ungeil finden. Also insofern, ja, 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 dort. Könnte man machen. Und dann geht es ja dann, genau. Und dann geht es dann irgendwann los und dann schauen wir mal. Schon Bock, ich gucke gerade mal. Wann ist denn der erste Spieltag? Ähm, der erste Spieltag. Ich hatte es doch hier vorhin offen. 17. bis 19. Ne, 25. bis 26. September ist der erste Spieltag. Das geht dann schon wieder für die Europa League. Das ist dann schon gar nicht mehr so weit, so weit hin. Oder 25. oder 26. Ich weiß es gar nicht genau. Dann hast du den 3. 10., 24., 10., 7., 11. Also das geht dann jetzt alles halt auch Schlag auf Schlag. Dazwischen hast du dann nochmal DFB-Pokalrunde. Also das wird schon ein gut volles Programm dann jetzt so zum Jahresende hin. Liebe Spieler, kommt zur Eintracht. Ihr werdet benötigt. Die Eintracht will in allen erfolgreichen Wettbewerben beziehungsweise Wettbewerben erfolgreich sein. Also sollt ihr lieber zur Eintracht kommen, wenn ihr ein gutes Angebot bekommt. Und dann freuen wir uns. Genau. Ja, und vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr Glück, was die Gegner-Auswahl angeht als Holstein Kiel bei ihren ersten beiden Bundesliga-Partien. Das möchte ich an der Stelle noch einmal kurz einwerfen. Mit der Frage, wie sehr kann eine Liga dich hassen? Die Antwort ist ja, im ersten Spiel gegen Hoffenheim, im zweiten Spiel gegen Wolfsburg. Also wenn du Zuschauer vergraulen willst in Kiel, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es hiermit geschafft. Das ist schon krass. Fürchterlich. Für das eine Jahr, dass sie hierbleiben. Sag ich jetzt und dann sind sie wieder 5.000 Jahre in dieser Liga. Naja, mal gucken. Und dann machen sie es wie Heidenheim und spielen in der Qualifikation für die Conference League. Ja, was soll ich sagen? Respekt. Morgen noch durchsetzen. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, ich habe da echt Respekt. Ich finde es scheiße. Auch Heidenheim. Ich muss auch jetzt nicht so tun, als würde ich Heidenheim geil finden. Muss ich auch nicht. Nervt jetzt, ein Jahr da gewesen, ciao, kakao. Wieder weg. So viele Top-Vereine, die jetzt in der zweiten Liga rumkicken. Natürlich schaffen die es auch nicht. Muss man ja auch sagen. Ist ja nicht so, als wäre alles Gott gegeben. Wenn die anderen Vereine da mal ein bisschen besser am Start wären, dann würden sie es vielleicht auch mal wieder in die erste Liga schaffen. Ja, Grüße nach Hamburg beispielsweise. Aber es ist schon ärgerlich, dass wir jetzt gerade hier, aber bei wem sage ich das? Wir haben darüber schon so oft gesprochen. Da können wir ja fast froh sein, dass Pauli mal wieder in der ersten Liga ist. Naja. Naja. Nun gut. Ich würde sagen, in diesem Sinne haben wir auch für diese Woche alles, was es rund um die Eintracht stand jetzt. Ich weiß, das sollte man nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Stand jetzt zu besprechen gehabt, haben wir besprochen. Nochmal die Empfehlung für euren Freitagabend, wenn ihr ein bisschen Betreuung beim Auslaufen des Transferfensters in der Bundesliga braucht, dann schaltet bei den Kollegen von Fußball 2000 auf dem YouTube-Kanal ein. Dann kriegt ihr da noch mal ein bisschen Betreuung und ansonsten werden wir euch in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder hier in Empfang nehmen und dann über die hoffentlichen vielen Tore, die wir gegen Hoffenheim geschossen haben, sprechen die Gegner in den verschiedensten Pokalwettbewerben und vielleicht uns über einen runden Kader freuen oder einen sehr unrunden Kader beweinen. Wer weiß das schon so genau. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Restwoche, genießt das Fußballwochenende, das erste Heimspiel der Eintracht und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! ruf Ey! Ey! Es quehina mal bunt! Ey! Ey! Es quehina mal bunt! Hey, hey, es kann man vor, hey, hey, es kann man vor. Hey, 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 es kann man vor, hey, 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 es kann man vor.